Hey Leute, in Optasia kommt zwar nicht der Osterhase, dafür aber der Eiermann. Durch das Lösen von Wimmelbildern kannst du Ostereier finden. Die Eier kannst du dann beim Eiermann einlösen. Den menschlichen Osterhasen findest du auf dem Marktplatz. Für 100 gefundene Eier bekommst du den Osterbaum Ostara. Ab 600 das Wohnhaus Brann und ab 1800 gefundenen Ostereiern das Wohnhaus Ariane. Und noch ein kleiner Tipp am Rande. Es gibt ab heute auch noch eine neue Fabrik. Die Schlosserei. Wenn ihr die baut, könnt ihr gleich ein neues Wimmelbild entdecken und gleichzeitig eure Ostereier sammeln. Viel Erfolg bei der Eiersuche und bis zum nächsten Mal. Wenn du weitere Videos von Optasia sehen möchtest, dann klöcke doch einfach auf den linken Knopf. Wenn du das Spiel spielen möchtest, dann ist der mittlere Knopf die richtige Entscheidung. Und wenn du kein Video mehr verpassen möchtest, dann drückst du einfach auf den rechten Knopf.